Der Name Veneter wird in der Antike von verschiedenen Autoren zur Bezeichnung einer Bevölkerung östlich-Germaniens verwendet. Auf den Begriff geht möglicherweise das Wort Wenden zur Bezeichnung slawischer Bevölkerungsgruppen zurück. Hintergrund Mehrere Autoren des Altertums und Frühmittelalters erwähnen östlich-Germaniens ein Volk der Veneter. Der Name wird als Quelle des mittelalterlichen und neuzeitlichen Begriffs Wenden für verschiedene westslawische Völker angesehen. Zumeist im Sinne einer Fehlzuschreibung. Schon die Aussagen der alten Autoren über dieses am äußersten Rand der den antiken Literaten bekannten Welt lebende Volk sind nicht ganz einheitlich. Als Samatin, benannt nach den in der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Samaten, bezeichneten antike Autoren den ganzen Osten Europas höstlich der Weichsel. Plinius bezieht sich in seiner Naturalis Historia auf Aussagen von Skandinaviern, in dem Land Engina, nicht kleiner als Skandinavien, wohnten bis an die Weichsel die Samate, Venete, Schieren und Hirren. Tacitus erwähnt in seiner Germania am östlichen Rand Germaniens die Peucini, Venedi und Fini, bei denen er nicht sicher sei, ob er sie den Germanen oder den Samaten zurechnen solle. Seine Lokalisierung der Venedi beschränkt sich auf zwischen Fini und Peucini. Als Küstenbewohner erwähnt er die Astigentes in einer Weise gegenüber den Suiwans, dass ihr Siedlungsgebiet östlich an die von ihm nirgends erwähnte Weichselmündung anschließend vermutet wird. Daher wird allgemein angenommen, Tacitus habe mit Astidi oder ein Volk der Balten bezeichnet. Claudius Ptolemius beschreibt die Stämme westlich der Weichsel in seiner Geografie Hyphegesis im Kapitel Germanien des Zweiten Buches. Die Stämme östlich der Weichsel im Kapitel Zarmatin des Dritten Buches, Asti oder Aischti erwähnt er nirgends. An der Küste einer venedischen Bucht wohnen bei ihm die großen Völker der Unedei, an der Weichsel die kleineren Völker derselben. Dazu in der Nähe Gallendoi und Sudonoi, noch über ein Jahrtausend später, nahmen baltischer Stämme sowie östlich nicht weit vom Meer die Velltee. Aufgrund seiner geografischen Angaben wird heute angenommen, dass Ptolemius mit Venedai einen baltischen Stamm bezeichnete, der an der preußischen Haftküste oder der Rigerbucht lebte. Mit diesem Stamm werden die neuzeitlichen Ortsnamen Wenz, Pilz, Wender und Wenden in Lettland in Verbindung gebracht. Ptolemius lokalisiert die Unedei also etwa dort, wo nach Tacitus die Asti wohnen sollten. Jordanus in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts erwähnt in seiner Darstellung der Geschichte der Goten sowohl Asti als auch Veneti. Während die asti-gotischen Unterwerfungsversuchen widerstanden, wurden die Veneti ebenso wie die Anden und Sklavini von Gotenkönig Hermannarikus bei der von Historikern heute teils angezweifelten Ausbreitung der Goten nach Südosten unterworfen.